Hallo Freunde von Wolloforschips und herzlich willkommen zum Montag, dem 21.12. Diese Verlosung ist sehr, sehr kurz, deswegen passt gut auf. Am 23.12. ist sie schon zu Ende. Wer sich nicht einträgt, der wird weinen, denn heute gibt es ein Schiff, das meiner bescheidenen Meinung nach zu den besten auf Stufe 8 gehört, eines der besten und variabel einsetzbarsten Dachtschiffe im Zufallsgefecht. Da wir die Lenin und die Tirpitz erst letztes Jahr verlost haben, gehen wir heuer in die Richtung Massachusetts. 40 Sekunden Heal, Super 406 mm und endlich brauchbare Sekundärartillerie in einem wunderschönen Schlachtschiff, das ähnlich aussieht wie die North Carolina Klasse, aber nicht dieselbe Klasse ist. Wie gesagt, Stufe 8, Massachusetts. Macht mit!